Ja, ja, also so ein bisschen gauler, aber außen Westfalen. Und wenn ich zu schnell bin, dann sag ich es nicht. Warum hat Ihnen der Gomoren-Quastenflosser die Löcherkrake oder die Blauflügelpracht, die Belle, es so angetan? Warum fanden Sie das so toll, diese Figuren? Die Löcherkrake, das ist mein Favorit, die hat eine Binde, glaube ich, war das gut. Ja, das ist auch niederländisch dasselbe, Bimo, und der bricht ja ab, und dann stirbt er, aber das Weit hier übernimmt die Bimel und wird schwanger. Das, das, ja, das hat man so.